Musik Wahrscheinlich kennen viele von uns Lebenssituationen, die sich echt verdichten, die sich als schwierig herausstellen und wo man ein allgemeines Lebensgefühl von Druck und von Frustration hat, was sich beschreiben lässt mit zwei Worten. Unter Ächzen und Stöhnen. Unter Ächzen und Stöhnen zu leben ist wirklich schwer. Ich habe das in meinem Leben in manchen Situationen wirklich so erlebt. Ich habe gedacht, die Hitze hört überhaupt nicht mehr auf, der Druck hört nicht mehr auf. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich ein Heraustreten aus dieser Lebenssituation gibt. Unter Ächzen und Stöhnen. Aber Preis sei Gott. Ich kann heute das bezeugen, dass Gott mich herausgeführt hat. Er hat dieses Ächzen und Stöhnen von meiner Lebenssituation oder von den vielen Lebenssituationen weggenommen. Er hat mich herausgeführt. Und bei all diesen Dingen, die ich in meinem Leben erlebe, dann möchte ich wissen, ist das nur so ein menschliches Lebensgefühl? Ist das nur was, was ich erlebt habe? Oder finde ich das in der Bibel wieder? Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich muss wissen, gab es das in der Bibel und wie hat Gott in diese Situation eingegriffen? Und so habe ich in der Bibel gefunden, diesen Bericht über das Volk Israel, was in Ägypten ist. Und es heißt dort, unter Ächzen und Stöhnen lebten sie dort. Und es war kein Ausweg irgendwie da. Es war keine Öffnung da, wo sie sich selbst hätten herausbewegen können. Aber Gottes Machtdemonstration des Herausführens, des Herausziehens kommt. Nicht der Feind hat das letzte Wort. Auch der Pharao hatte nicht das letzte Wort. Gott sendet Mose und Mose sagt dem Pharao, lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste ein Fest feiert. Und dann musst du dich mal mit diesem Bericht beschäftigen und lesen, was der Pharao antwortet. Ich lese dir das vor. Wer ist Jahwe, das sich auf seine Stimme hören und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne Jahwe nicht und werde auch nicht das Volk ziehen lassen. Das ist ein Statement. Und das ist oft das, was wir als Bedrückung feststellen. Der Feind tritt so stark auf. Aber Preis sei Gott. Es gibt eine Veränderung. Es gibt diese Machtdemonstration Gottes. Und Gott spricht. Und das Volk zieht aus. Das Volk zieht aus aus dieser Bedrängnis, aus dieser Bedrückung, aus dieser Sklaverei des Ächzen und Stöhnen. Ich habe über dieses Ächzen und Stöhnen, über diese Wortbedeutung nachgedacht und auch gelesen. Und ich möchte dir kurz das beschreiben. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja genau, das ist mein Empfinden im Moment auch. Da heißt es nämlich, diese Bedeutung, dieser Inhalt von Ächzen und dem Wort Stöhnen heißt, es ist ein tiefer Schmerzensschrei, ein Wehklagen, ein Jammern und depressives Gedankentreiben. Das alles scheint uns beherrschen zu wollen. Und das stimmt. Es ist wie ein ständiges Kreisen um diese Situation in dieser Bedrückung, in der wir uns befinden. Aber Preis sei Gott. Es gibt diese Machtdemonstration, es gibt dieses Herausführen, es gibt dieses Arbeiten Gottes hinter den Kulissen, die ich noch nicht mal wahrnehme, die ich gar nicht spüre, die mir nicht irgendwie eine offene Tür zeigt. Sondern plötzlich gibt es eine Veränderung. Und das spreche ich dir zu. Aber der Herr, aber Gott wird in deine Situation eingreifen. Er wird dich herausführen. Es bleibt nicht, wie es ist. Das ist mein Zeugnis. Er wird dich herausführen aus Bedrängnis, aus Ächzen und Wehklagen. Häng dich neu an ihn. Schaff Raum in deinem Herzen, dass du sagst, Herr, ich möchte, dass du mir zeigst, dass du dich offenbarst in meinem Leben. Dass du mich herausführst aus dieser Not, aus dieser Bedrängnis. Und Gott wird sich erbarmen, so wie er es beim Volk Israel gemacht hat. Genauso wird er dich herausführen. Gott ist der Gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017